Die Auflösungserscheinungen der Handelskammer in ihrer bisherigen Form, sie gehen ungebremst weiter. Los geht es am frühen Morgen, als Präsidiumsmitglied Johann Killinger das Handtuch wirft. Ein paar Stunden später dann ziehen auch vier der fünf verbliebenen Mitglieder nach. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben sie, wir sehen den Zeitpunkt für einen Neustart im Präsidium der Handelskammer Hamburg gekommen. Aus diesem Grund werden wir zum 24. Januar 2019 zurücktreten. Und damit den Weg für Neuwahlen freimachen. Vor die Kamera tritt am Nachmittag Handelskammer Hauptgeschäftsführerin Christi Degen und gibt sich diplomatisch. Als Hauptamt bewerten wir da wenig. Wir arbeiten ja immer mit jedem gewählten Ehrenamt zusammen. Es geht jetzt so weiter, dass am 24. Januar ein neues Präsidium gewählt werden wird. Und das unterstützen wir natürlich seitens des Hauptamtes durch die ganzen organisatorischen Begleitungen. Die von vielen geforderte Neuwahl nicht nur des Präsidiums, sondern des gesamten Handelskammerplenums schloss Degen heute aus. Die Satzung lasse das nicht zu. Zumindest die Präsidiumsmitglieder sollten das Plenum jedoch sofort verlassen, forderte heute die Initiative um Astrid Nissen-Schmidt, die große Kritikerin des zurückgetretenen Präses Tobias Bergmann und pikanterweise dessen Nachrückerin im Plenum. Derweil steht auch Geschäftsführerin Christin Degen selbst in der Kritik. Sie hatte einer Kammerbereichsleiterin 33.000 Euro Abfindung zugestanden, obwohl die von selbst gekündigt hatte. Plenumsmitglied Hans-Georg Kuhlmann will nun sogar klagen, sollte Degen das Geld nicht an die Kammer zurückzahlen. Die Unruhe um Sie selbst, Herr Kuhlmanns Klage, beschäftigt Sie das? Wenig. Also wenn ich dafür sachliche Grundlage sehen würde, würde es mich mehr beschäftigen. Und Sie sehen dafür keine sachliche Grundlage? Das tue ich nicht. In der Plenumssitzung am Freitag soll der Vorgang abschließend beurteilt werden. Neuer Streit dürfte da programmiert sein.